So meine Lieben, die Reihe 68 wartet auf uns. Jetzt geht's langsam in den Endspurt, auf das wir unseren Tischläufer bald fertig haben. Ich hoffe, ihr freut euch da genauso drauf wie ich. Wir beginnen mit zwei Luftmaschen und Wänden. Und jetzt kommt wie immer in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt vier Stück. Eins, zwei, drei, und die vier. Jetzt kommen sechs offene. Eins, zwei, drei, vier, Fünf Und die Sechs Das nächste wird umhäkelt Jetzt kommen fünf offene Eins Zwei Drei Vier Und die Fünf Das nächste wird umhäkelt Und wieder fünf offene Eins Zwei Drei Vier Fünf Das nächste wird umhäkelt Fünf offene Eins Zwei Zwei Drei Vier Und die Fünf Das nächste wird umhäkelt Noch einmal Fünf offene Eins Zwei Drei, drei, vier, fünf, umhäkelt. Und jetzt sechs offene. Eins, zwei, drei, vier, fünf, umhäkelt. Drei, vier, fünf, und die sechs. Hier und jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt vier Stück. Zwei, drei, und die vier. Zwei Luftmaschen für die Höhe. In jedes Stäbchen ein Stäbchen. Jetzt sechs offene. Eins, zwei, drei, vier. Vier, fünf. Und die sechs. Jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Jetzt fünf offene. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Fünf. Fünf offene. Eins. Zwei. Zwei. zwei, drei, drei, drei. Vier. und die 5. Auf jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Fünf Orfener. 1, 2, 3, 4, 5, auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, 5 Orfener. 1, 2, 2, 3, 4, 5, auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, und jetzt kommen 6 Orfener. 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, und die 6, auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, und damit haben wir auch diese Reihe fertig. 2 Luftmaschen für die Höhe und wir gehen in Reihe 70. 1 Stäbchen pro Stäbchen. 1 Stäbchen pro Stäbchen. 3, 4, 5, Fünf, sechs und die sieben. Das nächste wird umhäkelt. Drei offene, eins, zwei, drei, geschlossen, offen, geschlossen, bleib hier, so, dreimal offen, eins, zwei, drei, geschlossen, offen, geschlossen, dreimal offen, eins, zwei, drei, einmal geschlossen, offen, geschlossen, dreimal offen, eins, eins, zwei, drei, geschlossen, und jetzt siebenmal offen, eins, eins, zwei, drei, drei, fünf, und jetzt in jedes Stäbchen, ein Stäbchen, insgesamt vier Stück, zwei, drei, und die vier, zwei Luftmaschen für die Höhe und wir starten mit Reihe 71. jetzt kommen wir ja durch wie die Feuerwehr. so, in jedes Stäbchen ein Stäbchen, so, acht offene ich hole euch mal ein Stückchen näher ran, ja so ist besser, eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, und die acht, ich glaube ihr seid zu nah dran, Moment, ja, jetzt bin ich zufrieden, so, einmal umhekeln, einmal offen, einmal offen, einmal umhekelt, eins, und jetzt dreimal offen, eins, zwei, drei, einmal umhekelt, einmal offen, einmal umhekelt, drei, 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 einmal umhekelt, und, einmal offen, einmal umhekelt, drei, und offen, eins, zwei, 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 drei, einmal umhekelt, und, umhekelt, und jetzt achtmal offen. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, und die acht und jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen, drei und die vier. Na, und damit haben wir die Reihe auch schon wieder geschafft. Wir starten Reihe 72 mit zwei Luftmaschen und Wänden. In jedes Stäbchen kommt jetzt ein Stäbchen. So, jetzt neun offene. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, vier, fünf, 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 sechs, sieben, acht, und die neun, geschlossen, und die neun, jetzt wieder fünf offene. fünf, 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 vier, vier, und die fünf, 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 fünf offene, fünf, zehn, zwei, fünf, 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 vier, fünf, Fünf, eingeschlossenes, fünf offene, eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, eingeschlossenes, und jetzt neun offene. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, und die neun. Hier und jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt vier Stück. Zwei, drei, und die vier. Zwei Luftmaschen für die Höhe und wir gehen in Reihe 73 in jedes Stäbchen. Dann kommt ein Stäbchen. So, jetzt kommen acht offene. Eins, zwei, drei, drei, vier, vier, fünf, sechs, und die acht. Einmal umhekeln. Einmal umhekeln. Einmal umhekelt. Einmal umhekelt. eins, zwei, drei, zwei, drei, offen, offen, geschlossen, drei, mal offen, eins, eins, zwei, drei, geschlossen, ne, komm hier. offen, offen, geschlossen, drei Mal offen, Eins, zwei, drei, geschlossen. Offen, geschlossen, acht Mal offen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, und jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt vier Stück. Eins, zwei, drei, und die vier. Ja, meine Lieben, damit verabschiede ich mich wieder für heute. Wir haben jetzt wieder unsere Reihen geschafft. Morgen geht es weiter mit Reihe 74 bis 79. Das heißt, wir sind jetzt wirklich kurz vorm Schluss. Ich finde das schon mega toll. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß bis jetzt. Und ja, ich sage schon mal eine wunderschöne Gute Nacht. Träumt was Schönes. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.